Einstein hatte so ein paar Ideen. Auch Thomas Edison und Galileo Galilei haben für Innovationen gesorgt. Was das jetzt mit Stadtwerken zu tun hat? Eine ganze Menge. So einfach ist das. Naja, ging jetzt ein bisschen schnell, oder? Also fangen wir von vorne an. Eine gute neue Idee ist eine Innovation. Und damit kann man die Zukunft entwickeln. Kommunale Stadtwerke haben auch viele gute, neue Ideen. Und weisen damit den Weg in die Zukunft. Stadtwerke fördern nämlich den Ausbau neuer Geschäftsfelder wie E-Mobilität oder Breitband. Und so kommen diese Zukunftstechnologien bei uns zu Hause an. Zum Beispiel durch den Breitbandausbau. Hochleistungsnetze sorgen für schnelles Internet. Oder durch Elektroautos, die umweltfreundlich sind und Strom speichern. Denn da soll es schließlich moderner, schneller und umweltfreundlicher werden. Smart Grid's intelligente Stromnetze helfen dabei. Und auch da liegen kommunale Unternehmen ganz vorne. Rechner verarbeiten die elektronischen Daten über die aktuelle Stromerzeugung und können so Energieverbraucher und Energieerzeuger steuern. Diese Steuerlogik sorgt vor Ort für Balance aus Stromeinspeisung und Stromentnahme. In einem Haus, einer Straße oder einem Verteilnetz. Und so denkt der Strom in Zukunft mit. Und das ist auch so eine Innovation.